...Halle. Uizal, beim Anblick des russischen Riesen, die Kraft legte mutig los. Irgendwie herankommen, so lautete der Fahrplan. Doch wer Nikolai Valuje... ...Wieder ein Haken zum Kopf, ein Aufwärtshaken gegen kleinere Leute. Effektiv fehlte in seinem Repertoire. Hier noch einmal, zwei durchaus beherzte Aktionen des Mannes aus Koblenz. Sie werden sich gefragt haben, was ist das für eine Schuhgröße? Schuhgröße 50. In seiner Ecke den deutschen Boxsportfreunden noch gut bekannt aus den letzten Jahren. Ein sehr guter Profiboxer. Nikolai Valuje wird trainiert von... Denn Valuje schaltete jetzt einen Gang. Eine Rechte des Russen aus dem Infight hereingekippt, war der Anfang vom Ende. Noch eine Kombination und Uizal und noch während Kurzstreuer zählt, hatten genug gesehen. Von Valuje, der hier in Deutschland sicher gerne etwas mehr gezeigt hätte. Verde... 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 ... ... Vielen Dank.